Achtung! Dieses Video beinhaltet einen Clemens. Eventuelle Wutausbrüche könnten ihrer Gesundheit Schaden zufügen. Sollten sie trotz dieser Warnung Schaden davontragen, suchen sie einen Arzt auf. Wir wünschen ihnen viel Spaß mit dem folgenden Video. Steven, gehen wir bei der Orange? Ja. Ich geb Lauf. So, in einer weiteren Folge Rocket League. Servus! Nein, der Steven. Am Stirsel des Damm. Ja, ich bin wieder da. Ich bin zurück. Nein, nein! Kacke, zu schlecht getroffen. Ich mach jetzt 10 Tore ungefähr. Ich, äh, treff den Ball nicht im Moment. Ah, dann mach ich easy. Michi, mach ich easy. Ja, dann... Ja? Ja. Ja, da war er drin. Wie, wie, wie machst du ihn? Steven. Easy. Der war easy. Der war zu easy, dass ich den machen konnte. Ich dachte mir dann so, ne, das wär's voll missgeboten. Mach Like, wenn ich den jetzt mach. Alter, 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 ich bin... Wow! 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 Ich hab irgendwie grad weg, ey. Schon. Nicht. So lange nur du es warst. Nein. Bin ich ja gewohnt. Dass du mir irgendwas schiebst. In den Arsch vor allem, ne? Ah, okay. Ja. Ich hab zu wenig... Ach, sorry. Ich hatte keinen Boost mehr. Hehehe, du Hurensohn! Jaaa! Mann! Wir springen uns auch nicht mehr so, wie es soll. Ha, Clemens, du kleiner Junkie, Alter. Ah, Alter. So. Steven? Deiner vielleicht? Okay, ich versuch's. Nicht. Ich komm jetzt aus dem Hinterhof. Hiiii. Hiiii. Gangbang, Alter. Mach ich easy. Der ist noch warm, Michi. Der ist noch warm. Ich merk's, aber ich krieg ihn nicht. Der ist so heiß. Ja, konnte ich's mal machen. Oh, ja! Der ist gut! Depp, Depp! Depp, Alter, Depp! Ja, da ist der Steven wieder da. Komm mal, ich werd einfach von Mario die ganze Zeit reingeklicken. Alter, ich war am anderen Ende vom Tor. Ich geh raus. Ja, du gehst wirklich drauf. Sobald wir uns in Köln sehen, gehst du wirklich drauf. Okay. Wir haben voll am vorbei. Okay, das Freinoid. Ja, das ist gut gemacht, Steven. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Ich bin aber grad auch gegen Lappen, oder? Ja, Loop-Team. Loop-Team. Ich geh wieder drauf. Ihr habt euch grad selbst nass gemacht. Die sind ganz Zeit schon nass. Untenrum. Ja, wo sonst? Weil sie sich so freuen, dass sie gegen uns spielen dürfen. Mann! Alter! Warum brauchst du so lange? Dreckskontrolle. Ich leg mich doch mal zurück und guck Fernsehen, ne? Ich bin grad in der Luft. Alter! Arschloch! Hast du nicht gesagt, oder? Hast du jetzt nicht gesagt? Hat er gesagt. Ja, kriegt dein Tor dafür. Alter! Ich brauch Fuß! Gleich nicht mehr, wenn der Ball wieder im Tor ist. Hab ich! Haha! Will ich sehen. Danke! Oh, Michi. Ich hab dich abgeräumt. Scheiße! Ja. War knapp. Ähm, Steven? Ja, easy. Schade. 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 Das kann man wieder von der Seite, das Steven. Ja. Super. ARGH! Komm, der ist noch flottig heiß. Nein! Mann! Scheiße! Scheiße! Das ist das Behinderte mit der Scheißsteuerung. Mit dieser Behinderten-Kawaii-Kamera, Alter. Er hat ihn da selber reingeschossen. Welche... Ja, und? Kann aber passieren, Clemens. Nee, du bist scheiße. Ihr seid echt das beste Team, ne? Der bei Mario im Team, das ist halt das Problem. Äh, Clemens ist das Mario im Team. NEIN! Hallo! Der ist noch heiß, Steven. Der war grad heiß, jetzt ist er nicht mehr heiß. Ach du Scheiße, wie schlecht war'n das? Uh, uh, da wird nie vorbeigefloppen. Cheater. Und ich werde einfach schon von allen Seiten hier penetriert. Ja, so ist das halt. Komm. Der ist richtig heiß. Oh. Wie war das grade mit reinfahren? Musst abwehren. Ja, aber nicht wenn ich schon da und da dran bin. Alter. Oh, 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 oh. Vorlage. Steven, 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 Steven. Ja, spring jetzt doch das alte, du Hund. Ich bring dir beide vorbei. Du Hund, sagt er. Nee, das ist mit Zorox Behinderten-Controller, Alter Ja komm, Steve Ach, da wird deiner gewesen Liege auf der Seite, ich komm nicht mal hoch Ja, dass man nicht mal hochkommt, ist klar Das war mir so klar Abgewehrt Ja, easy Er ist weg Ja, easy Ah, Noob-Team hier, Noob-Team Nee, zwei noch Ende im Gelände Auto Auto Wir machen die beiden letzten Matches auf Auto Jo Steven Ja, ich muss euch beeilen Weil ich trag nämlich um den Halsen Rockefeller-Chain Auto Wem bin ich? Oh Nein Du gehst drauf, Mario Ja Du gehst rauf Nee, du gehst nicht drauf oder so ähnlich Boah, den hast du nicht gehabt? Mann! Alter, ich bin ja so schlecht Sorry, sorry, sorry Das macht den natürlich nicht Scheiß, wie man dann Ich frag sowas von ab Ich weiß, dass deine Wand kackbraun ist Das muss ich mir jetzt nicht mal sagen Es ist so behindert, ne? Behindert darf man nicht fahren Doch, darf man Mann, Clemens Der drückt einfach diesen Doppelsprung Macht den Pfeil nach vorne Und was macht der? Spring erstmal schön zur Seite Alter, ich spring nur noch am Wald vorbei Ich frag mal Clemens, der trifft doch die Bar nie Der kackt da auch immer am Klo vorbei Alter, das ist irgendwie die falsche Richtung gerade Ich frag deine Wand ist kackbraun, ne? Nice Ah, geil Nein! Geil Ja genau Ich reich gleich die Hütter Michi, du bist der Beste Oh mein Gott Ey, der wäre noch nicht mal reingegangen Ich könnte kotzen Ich geh drauf Hab der gut geklappt Mit den ersten Ballkontakt In den ersten Ballkontakt Nein, wir sind beide noch daneben Ich könnt nicht heulen Ihr würdet nicht geben Ja genau, Michi Ich kann dich mal gut verstehen Danke Nein, Alter Ich treff die scheiß Pille nicht, Alter Ja Ich treff sie auch nicht Boah, was einem Mist wird, Alter Da ist er wieder. Spiel Clemens noch mit? Ich weiß nicht, ob der ist Zuschauer geworden. Ja, da hinten in der Tribüne sitzt er. Ich seh ihn zumindest gar nicht mehr. Clemens, den Ball vielleicht in die blaue Hälfte spielen, ja? Hab ich. Nee, der ist immer noch raus. Farbenblind. Ich hab so orange-blaue Schwäche. Deswegen hab ich auch ein lilan-pinkes Auto. Hey, Mann, da vorne, da... Clemens. Guck, er ist dir an, gekonnt, ausgespielt. Nein! Oh, oh. Wenn du den jetzt nicht reinmachst. Guck, er ist dir an, gekonnt, ausgespielt, gekonnt. Guck, 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 gekonnt. Beide, beide ausgespielt. Und jetzt... Oh, 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 das ist... Stimus ist für uns beide dezent peinlich. Michi, spielst du überhaupt noch mit? Ich schnau zu den Fußball-Ideo. Es gibt den Sack gar nichts mehr. Ja. Aimen Michi, aimen... Oh, sch... Ja, ich hab doch geaimt, du Fußball-Ideo. Spielst du eigentlich noch mit? Ja, heute schon. Ich geh drauf. Ich geh drauf. Ich bin näher dran. Okay. Ohne Boost ist hier in diesem Match einfach nichts drin. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh aber auf den richtigen Moment gewartet und ich hab hier noch ein was er auch immer als erfreut sich das Ding an ich bin gewinnt ich gebraucht ja vor warum nicht vorlage mit klar die Uuuuuhhhh Uuuuhhhh Verstörren wir die gerade? Den habe ich da weggeboxt und dann hat es zu Fallschuss gefällt Danke Team Spiel, wir sind halt einfach ESL das In-Kammer Ja und ich kann nicht, ich kann nicht, mein Controller ist weg Steven du musst Wer hat ihn geklaut? Jetzt bin ich wieder da Kallst Steven sag ich schon Ok Die blocken mich gegenfaltig Clemens, deiner bitte Gerne Deiner Nee, ich bin noch nicht da Ok Noch einmal Der war schwach Das war deiner Das ist meiner Nee, das ist deiner Wir nehmen Ted Hat es euch die Sprache verschlagen oder was ist los? Ich kann nichts mehr dazu sagen Die spielen gerne nicht mehr mit Ich schwöre gar nicht mehr von denen Ich will nur noch, dass diese Minute vorbei geht Wollen wir Verlängerung spielen? Wollen wir Verlängerung spielen? Oh man, nicht noch ein einziger Treffer ne Und die machen jetzt noch schön das nächste Fall Ich bin daneben Alter Nein, ihr habt daneben gespielt Deiner Deiner Ichiii Ichiii Ich ist doch meiner Ist doch gut Mensch Hol doch nicht Bitte Geh, vorbei Deiner Ich war meiner Aber jetzt ist deiner Jetzt doch mal da neben kaum politik aber die blauen kommt noch mal Nein, schade! Alter, das war ein Scheißspiel. Ne, ich fand das gut. Bevor wir die nächste auch noch machen, ich brauch wirklich nur einen Controller. Ohne Scheiß, die ist so ein behinderter Wackelkontakt. Das war letztens auch schon in... Nee, ich weiß noch in der Ghost Recon Online Aufnahme, wie oft ich auswechseln musste, die Batterien. Ja, aber ich versteh nicht, wie du bei Ghost Recon Control aufstehst. Das ist ein sehr schön Tor an. Wollen wir noch eine Runde, dann ist es durch. Ja, machen wir noch. Machen wir noch einmal auf Auto. Clemens, du musst noch auf bereit. Ach, das war alter göttlich, göttlich, göttlich. Ja, Sahne. Mit wem spiele ich? Oh, mit Steven. Ah, mit Steven. Steven, du bist noch da? Mhm. Sag dich gar nicht. Jetzt erst wieder. Steven, du wirst wieder gewinnen, oder? Du bist auch drüber. Dann legen wir los. Jo, dann zerstören wir die jetzt. Ja, okay. So geht's schon los. Es geht schon wieder super los. Ja, das ist dann mal wieder so ein Eins gegen Drei Spiel. Was war das denn für ein Eigenschaft? Äh, Leute. Und er freut sich noch. Weißt du, er steht da halt drei Stunden rum. Und dann klickt er ihn einfach rein. Clemens, halt einfach das Maul. Ich bin da noch. Haha. Ist da jemand Toxic? Das geht nicht. Steven? Steven? Schade. Ah. Oh, Steven, den müsstest du, sonst geht er ran. Nice. Nice. So macht man das. Mein Gott, Alter. Ich muss hier wieder alles aus mir rausholen. Mit welcher Perspektive spielst du eigentlich? Ballkamera oder die andere? Äh, ich wechsle mal. Ah, okay. Ich spiel nur mit Ball. So spielst du halt auch. Schade. Ich spiel auch nur Ball. Ja, deswegen seh ich es sehr oft nicht, wenn ich dich ramme oder so. Ah, da war er noch. Den hab ich nicht gesehen. Ah. Alter. Da komm ich nicht ran, ne? Eww. Ähh, ist das jetzt nicht. Mau hat mal wieder richtig präzise Jum-Skills. Ja. Ich geh drauf. Ich geh drauf. Nein. Steven, den kannst du locker eignen. Ah, ich hab keinen Boost, Alter! Das ist echt ätzend ohne Boost. Das Spiel ist so behindert, Alter. Nein! Das sollt ihr alle mal boosten, man. Junge! Was soll ich da denn machen? Ja, vor allem, da klaut er eben jetzt. Ja, richtig springen und nicht einfach dran vorbei gehen, wie so ne Ase. Ich glaub, das liegt an der Farbe. Blau, ne? Die ist so schlecht, oder? Alter, Mann, Controller, jetzt bleibt endlich mal da. Mann, ey, ey, ey. Ich geh drauf. Ich auch. Schau. 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 Alter, hättest du das jetzt... Ja, das ist der Scheiß-Controller. Ohne Scheiß. Das ist safe der... es ist einfach der Controller. Ja, ist es wirklich. Kannste dir gerne zeigen, wie du in Köln bist. Der hat Köln verbot, Clemens. ja genau alter die grüne gratte hat nicht bekommen schön gemacht dann hat die menschen geköpft so nach hinten er wolle mich jetzt angreifen kommt er ist allein der kleine ja wohl er macht den selbst alter mein kontroller ist weg wenn du bist wie so ein fußballer gell wenn der der ball ist weg wir haben nicht glauben wir das tor danke du warst und nicht mehr oben was soll ich machen es geht drauf ich habe ich den verarscht alle haben stehen verarscht ja vor allem klaut er jetzt mein tor ich will doch einmal clemens zerstören im spiel ich muss gerade mal kurz ich muss mich gerade kurz auf clemens konzentrieren michi ok also nachdem ich das tor gemacht habe meine ich ja ey glanz zu parade von mir aber sorry mach du ausgetrickst fähig toll mal so jungs üb noch ein bisschen beim nächsten mal wird ja genau So, ab unter die Dusche. Ab unter die Dusche, Clemens muss sich nach der Seife bücken. Hilfe! Aber nur bei dir. Ja, ein kleines Sau, du geiles. So, ab unter die Dusche. So, ab unter die Dusche.